Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Orange Zone TV. Heute mit den zwei neuen Jungs im Trikot von Ratio Farm Ulm. Ich bin Dan Fitzgerald. Ich bin Tommi Mason-Griffin. Ich habe viel über dich in den Journalisten in den letzten paar Tagen gesehen, aber ich habe noch nicht gesehen, könntest du mir einfach deine beste Bewegung zeigen? Ja, ich kann. Tommi, was war die erste Reaktion, als du konntest für Ratio Farm Ulm? Ich bin wirklich bereit, bereit zu gehen hier so schnell wie möglich, zu gehen mit dem Team. Ich hoffe, dass sie mich in willkommen haben. Die Team war leichter zu spielen. Es war ein tolles Ding für mich, zu kommen und zu überdenken und zu überdenken, und zu überdenken. Du trainst mit den Jungs ein paar Tage. Wie kannst du dir die Team helfen? Ich bin einfach in der Pain, zu überdenken, 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 zu überdenken. Das sind die Dinge, die ich tun kann, um die Team zu helfen. Hier geht's, Dan. Das ist die beste Bewegung. Daniel, du hast hier vor 1,5 Jahre vorgelegt, und wie ist es, um zurück zu Ulm zu kommen? Es ist toll. Verzüglich ein paar alten Freunde ist immer toll, besonders wenn ich in Europa komme und in ein Umfeld, in dem ich hier vorgelegt habe, ist es spannend. Es ist schon lange, seit ich in Europa gespielt habe, und ich freue mich, um es wieder zu beginnen, in Ulm, wo ich vorher begonnen habe. Was ist dein Interesse für den Kumpack? Jetzt bin ich einfach wieder auf dem Spiel. Es ist ein langer Weg seit meinem Injury, und ich habe ziemlich hart gearbeitet, um zurückzukommen zu dieser Stelle. Meine Herausforderung ist, um das Team zu helfen, um diese Team zu gewinnen, weil wir noch zehn Spiele haben, und ich bin sicher Ulm, und ich möchte, dass Ulm, und ich möchte, diese Saison zu gewinnen. Du hast vielleicht die Chance zu spielen, vielleicht auf Saturday, und wie fühlst du, wenn du nach Kuba zurückkriegst? Ich bin sehr begeistert, besonders zu sein, in Ulm zu sein. Aber auch zu sein, zu sein und zu helfen, mit einem Team zu gewinnen, ist sehr spannend für mich. Es ist ein langer Weg, zu diesem Punkt zurückzukommen, also ich bin sehr begeistert, mit meinen neuen Spielern und Teammitgliedern, und hoffentlich zu gewinnen. Danke, Daniel. I wish you the best of luck. Das war's für heute bei Orange Zone TV. Ihr könnt natürlich Daniel und Tommy am nächsten Samstag sehen in der Kubarkhalle. Kauft euch dafür die Tickets. Bis zum nächsten Mal bei Orange Zone TV.